so leute es geht weiter mit der mit torte form 2017 dem giro 2018 sozusagen und ja ihr seht hier noch mal die gesamtwertung nach neun etappen du mal klar vor dann jates lopez ja und so weiter ja jetzt kommen erst so wirklich die richtig schweren berg etappen dann die nächste zeit schauen wir mal wie es da weiter geht so sie haben die etappe gewonnen ich glaube es war ruhe tag deswegen so damals erst mal noch mal eine flache etappe zur abwechslung wie heute ja auch beim also wie heute ja da wo ich aufgenommen habe gestern hat ja dann viviani gewonnen auch eine relativ flache etappe und ich glaube donnerstag also heute die etappe und freitag ich glaube da sind dann wieder etwas schwere so es war mit singel dann mal wieder genau heute ist eine bergankunft das wird interessant wie sich die favoriten dann alle so erholt haben so auf ausreißer habe ich eigentlich keinen bock ich bin so ja es können eigentlich auch mal ausreißer durchkommen ist mir eigentlich relativ egal Ja, ich denke auch. Ich glaube auch, dass eigentlich jetzt der Giro-Sieg nicht mehr zu nehmen ist im Normalfall. Aber es gab schon einige Beispiele, zum Beispiel Nibali, der auch vier Minuten, glaube ich, waren es, aufgeholt hat. Also, sicher darf man sich auf keinen Fall sein, das ist klar. Ja, genau so kann auch noch Chris Fung gewinnen. Also, das ist auch noch nicht so ganz vom Tisch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Der kann da auch noch was reißen. Also, es kann durchaus noch spannend werden. Aber ich denke schon, so wie er es angekündigt hat, Simon Yates, er wird jetzt defensiver fahren und er braucht eigentlich nur noch reagieren, beziehungsweise mitfahren. Er ist eigentlich jetzt genau in dieser Situation. Und das Interessante wird sein, ob sich die anderen Fahrer, Pozzavivo, Thibaut Pinot und vielleicht Dumoulin, ob die sich vielleicht zusammenschließen und ihn irgendwie zermürben. Oder was weiß ich, eine Möglichkeit, aber keine Ahnung. Aber die nächsten Tage, wir hören, interessant auf jeden Fall. Na, die Ausreise sind auch bald eingeholt und ich brauche keinen Tempo machen. 70 Kilometer noch. Der Brakeway noch hat ein bisschen Gas left. Es ist still able to widen die Gap. At the Front, er ist der beste Platz für den Green-Jersey. Die Gap ist decreasing, Leute. Der Peloton sollte da sein, um die Stage Wind. Der Peloton ist schwer zu fahren. Bleib gut zu fahren. Die ersten Räder sind 2 Kilometer von der Kline. Ja, so richtig schnell war das Tempo jetzt auch nicht hier berghoch. So, 20 Kilometer noch. So, jetzt gucken wir mal ja vonne. 20 Sekunden noch noch. 18, die könnten durchkommen. 2 Kilometer. 18 Sekunden noch. 16, ich glaube, die kommen durch. Modolo. Ja, mal wieder einen lockeren Sprint-Sieg. So. Eigentlich hätte ich so spielen müssen, dass ich jede Atappe gewinnen. Aber gut, das ist eigentlich auch fast unmöglich. Das ist eine schwierige Ankunft. Schwierige Ankunft zum Schluss. Wird interessant. Könnte so ein paar Sekunden zumindest Abstände geben. Das sind fast immer die gleichen hier. Die Favoriten. Und dann gewinnt trotzdem Dumoulin. So, und ich fahre natürlich mit Tom Dumoulin. So. Hallo, alle. Der Kurs, der heute hierher berichtet hat, uns hat die großen Klassiken der Klassik. Der Grund ist, dass der Klassik in den traditionellen Meur du Wee. Der traditionell der Klassiker der Valleure. Mit ihren Sekunden nahmen knapp 20%. Wahrscheinlich eines der schwersten Kilometer des Klassiks. So, wer darf denn da jetzt mal hier Timmer? So, naja, mal gucken, wer hier dann jetzt zum Sieg sprenden wird, beziehungsweise angreifen wird. Ich bin mir gespannt, ob ich da mit Dumoulin irgendwas reißen kann. Wird schwierig, glaube ich, aber mal gucken. Wenn ein Tim Valens dabei ist, könnte da eher der Favorit sein für so eine Etappe. Ich bin mir gespannt, ob ich da, wie ich da, wie ich da, wie ich da, wie ich da. So, 90 Kilometer noch. Keine so extrem lange Etappe jetzt. Ich glaube, das ist die Etappe, die Samen jetzt gewonnen hat, nach Osimo. Oh ja, Marshall. Ja, das ist neun Minuten, nur noch 40 Kilometer. Jetzt lasse ich mal da meine Leute dann doch Tempo machen. Single Darm, Breitler, Tennis, Tendam, Curvers. Quatsch. Okay, we'll relay hard. Bistel Tempo, come on, Mom. Bistel Tempo, come on, Mom. Der will, however, have to keep working together, to a return of the Peloton. 10 Kilometer to the finish and two more difficulties on the menu. The Muir, Saint Leonard and the Muir de Ville. Wir haben immer noch sechs Minuten. Gut, ich bin schon. Greifte jetzt jemand an. Sky macht Tempo. Ulyssi greift an. Und ich bin hier gerade ein bisschen eingeschlossen. Schlossen. Jetzt muss ich hier dranbleiben. So, wie sieht's aus hier? Single Darm, Breitler, Tennis, Tendam, Curvers, Tempo. Okay, we'll consume a feed. So, vier Kilometer. Jetzt geht's nämlich gleich. Den Schlussanstieg rein. So, Gouthier gewinnt vor B20. So, jetzt geht's hier gleich hoch. Jetzt muss ich aber hier mitgehen. Boah, die machen ganz schön Tempo hier. WTF. Ja, war okay. War okay. Die andere kommt wahrscheinlich mit dem Feld ins Ziel. Da wird's kaum größere Abstände geben. Aber keine Zeit auf die Favoriten verloren. Passt. So, dann gucken wir mal auf die Gesamtwertung. Oder erst mal ist das Tages... Du hast eine sehr gute Ebene geschrieben. Du hast eine sehr gute Ebene geschrieben. Du hast in der Top 10 gewinnt, obwohl das Spiel ist in der Top 10, obwohl das Spiel ist in der Top 10, ist sehr gut. wieder ein bisschen zeit gut gemacht auf jetzt auch 5 20 dann dann ja george bennett omen 546 ok gesamtwertung bantano macht eine position gut meint jetzt verliert eine position und von bleibt alles beim alten sind oben verliert zwei positionen ja okay gut aber 8 36 7 27 ja was ist schon bestimmt noch drin so jetzt haben wir noch mal zwei flache tappen die ziehen wir jetzt auch noch durch bevor es dann noch mal interessant wird wunderschönen will hafte wie in die überliegenden aber gut stehen herrnberg gut steht schon einmal an wenn man so wenig mehr wieder jetzt sind und haben sie rausfahren Ich bin ja im Überlegen, ob ich mal mit jemand anderem sprinte jetzt. Obwohl, nee, Sprinten, ich glaube, die Zielpassage sah leicht ansteigend aus. Trotzdem, Singledam, was hat der Hügel 65 an, Tritt 74, Tritt 74? Ja, Tönnissen. Das könnte was für Tönnissen sein. Fahr mal mit ihm. Kurvers, Tönnissen, okay. Ich weiß nicht, ich muss gucken, ob ich nicht vielleicht... Doch mit Dumoulang-Fahrt zum Schluss ist mir jetzt ein bisschen riskant, dass er da Zeit verliert, aber ich glaube es eigentlich nicht. Er kann auf die Trompe auf die Flasche, auf die Shortclime oder auf die Mountainpasses, aber wenn er ein von zwei Rises in der Finale ist, ist es besser nicht auf ihn. Er ist besser als Panzer und Rüller. Er kann auf seine Zeit, wenn er den Finale ist in einem kleinen Grupp. Er ist der beste Platz auf den Ständen auf dem Breakaway. Auf der Front ist er der beste Platz für den Greenen-Jersey. Er ist der beste Platz für den Ständen auf dem Breakaway. Er ist der größte Sprinter in der Leading-Gruppe. Sieben Minuten, ja, das ist alles noch ganz angenehm. Alles gar kein Problem. Acht Fahrer vorne. Beste ist auf Platz 68. Die Ständen, keine Wunderschöne, dass sie nicht in der Leading-Gruppe sind auf der TV. Der Breakaway verliert den Boden. so ist man sie tempo wahrscheinlich für biviani aus aber ich bin mir bei der ankunft nicht so ganz sicher Die ersten 15, um das Intermediate Sprint zu passen, werden Punkte nach dem Green-Jersey gewinnen. Hier ist der Winner des Intermediate Sprint. Die Breaka-Ways verlieren Platz. Der Peloton ist hart. Bleib gut gelegt. Jetzt geht's mal ein bisschen runter. Er ist zweieinhalb Minuten auf der Aushäuser weg. So, zweieinhalb Minuten auf der Aushäuser weg. Uh, was ist jetzt los? Die ersten Riders sind zwei Kilometer von der Aushäuser weg. Oh, war das Tempo jetzt so schnell? Okay. Okay. We'll consume the speed. Oops. Okay, jetzt muss ich den Berg durchkommen. Okay, jetzt muss ich den Berg durchkommen. Das Tempo ist echt extrem hoch. ok jetzt müssen sieben kilometer dann rausgenommen 94 fahrer jetzt habe ich ein bisschen mist gemacht 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Dritter nur. Die Kraft war doch zu schnell weg. Schade, schade. Aber gut, das kann ich nicht immer gewinnen, mein Gott. Trotzdem eine interessante Etappe zum Schluss. Ja, gelb und Berg-Trikot bleibt auf meinen Schultern, beziehungsweise auf dem von Tom Dumoulang. So, der Platz ist doch gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob Dumoulang jetzt hier nicht Zeit verloren hat. Karos. Nee, passt. Nichts passiert. Und sieht wieder gut aus. So, da haben wir jetzt noch eine schöne Flachetappe. Und dann wird es interessant. Dann wird es eigentlich interessant. Nach dieser Etappe ist eigentlich nur noch eine flache Etappe und alle anderen dann hochinteressant. Mal gucken. So, aber jetzt brauche ich hier nochmal einen Etappensieg. Muss ich doch wieder auf Single Dumm setzen. So, Buani, Viviani, Modulo. Jo, Single Dumm. Los geht's. Greetings, ladies and gentlemen. Without any particular difficulty along the road, the Sprinters won't hesitate to put their teammates to work. And there's little doubt that today's stage room will be fought in a Sprint. We've got enough of a points lead for the Polkadot jersey. There's no way we can lose it today. Keep it up. So, dann sollen sie mal losfahren. Timor ist zurückgefallen. Ja, keine gefährlichen Leute, John. Hä? Hä? Ja, no, über 120 Kilometer. Nur 6 Minuten. Ich glaube nicht, dass die durchkommen. Ich glaube, die Sprintermannschaften machen dann Tempo. So. Kleiner Anstieg, aber das ist alles gar kein Problem. So. Jetzt haben wir gleich den letzten kleinen Anstieg. Und dann sind wir ja schon fast am Ziel. Zwei Minuten. Aber dass die auf denen nicht reichen, ja, jetzt geht's dann doch schnell runter. Nur noch eine Minute jetzt bei 20 Kilometer. 30 Sekunden. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Jetzt sind sie bald eingeholt. Okay, jetzt müssen wir uns mal hier positionieren. Bora macht Tempo für... Bennett. Jetzt werden wir nicht gewinnen. Und wohl, doch. Nein. Deine hat gewinnt. Ist dem Gunnest auch insofern nicht so schlimm. Das passt schon. He is amongst the leading riders. He is in... Great guys. I wasn't expecting anything from this state. Great guys. So, der Bennett war sehr gut in Form. Dann singelt er wo an ihm Modulo. Fum 8 da. Doomalong, 16 da. Alles, kein Problem. So, wie sieht's aus? Hier ändert sich nichts. Dann gucken wir mal hier. Berg Trikot. 26 Punkte. Wurden doch gerade mal vergeben bisher. Krass. Punktewertung. Buhani, 243. Dann Viviani. Singledam. Dumoulin. Sam Bennett. Weißes Trikot für Simon Yates. 17 Sekunden für Lopez. 15 Sekunden für Lopez. Manches. Formulo. Omen. Carapaz. Schachmann 8 da. Jack Haig. Quintaya Quintana. Naja. Sky für Sandweb. Und von Speybrook. Kampfgeistwerdung. Ja. Okay. Das waren jetzt 13 Etappen. So. Ein paar Etappen sind natürlich noch. Und das war insgesamt jetzt die vierte Ausgabe. Zwei kommen dann noch. Und dann haben wir den Giro schon wieder geschafft. Und dann kommt bald. Ja. Dauert noch ein Monat. Ein Monat ungefähr. Ja. Kommt dann Tote Pongs 2018. Also. Aber noch haben wir zwei Folgen für uns. Bis dann. Tschüss.